Alter, milder Käse. Mit heilenden, irgendwas gerne, bewegt, ganz, besser geht, okay. Hm, von einem Engel gesegneter Käse, wie manche gerne frisst, bin ich natürlich entzückt von. Alter, Flinkheit. Noch mehr. Also, ist egal, wenn du einfach das... Ah, Zubehör, Zubehör, Meteor. 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 Teor. Meteor am Schienen gab es Metallkönigschild. Mächtige, ne mächtige? Nö. Gibt es hier was, wo man die Meteor am Schienen noch nutzen kann? Leider nicht. Nö. Haben wir irgendwas in Lebenssamen? Nö, aber den kann ich... könnte ich verwenden. Da bin ich auch mit einverstanden. Transferieren wir mal eben den Goldklumpen raus. Dann geht es gleich wieder weiter, benutzen. Bestimmt mit dem Kopf gegen das Schloss. Nö. Dann ist da kein Balkon gewesen. So, jetzt gehen wir hier rüber. Nö. Das müsste... Nö, das ist das auch nicht. Wo ist denn? Oh, die ist da hinten. Da runter. Das ist aber... Da ist er. Ich weiß mal, dass er hier... So, ich soll verpasst, aber... Ne. Ne, 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 ne. Können überall noch drauf landen. Da nicht. Aber... Hier. Hallo? Oh, ich sehe schon da oben was Großes. Da will ich auch hin. Ich will da hin. Weißt du, das verdeckt das ganze Ding hier. Ja, ich hasse die Grafikbugs, aber... Kann dir auch nichts gegen machen. Die Hand. Ne, nicht Edge. Ne, wir nehmen einfach das hier. Ach, die Hades. Keine Ahnung. Das. Clear. Und ein Schimmerpfeil. Oder Schimmerschuss. Aua. High five. In your face. High five. Okay. Ja. Hat viel geholfen. Viel Mana gefressen, aber... Ach, mein, was soll's? Haltkraut. Und alles. Schlecken wir uns da, komm her. Oh, nee. Könntest du dir mal Freude mit dem Team machen. Dann kann ich mal eben kurz meine Nase putzen. In der Zeit. Wollte ich nur noch sagen, dass ich meine Nase putze. Das hab ich jetzt gemacht schon. So. Schau mal, dass er jetzt hier den letzten... Schaden reingerückt bekommt. Alter. Kannst du bitte sterben? Er ist nicht gestorben. Mein Gott. Dann nimmst du die drei Weisen hier noch. Naja, die drei Weisen sind's nicht. Aber... Ist auch ein guter Name. Der Nero besiegt. Er öffnet sich eine Gold-Münzen-Medaille. Eine Gold-Monster-Medaille. 999. Übertreib ein... Einfach mal... Gold-Man. Ruhi. Ähm... Der Fackelmann. Brauch ich nicht. Na ja, mein Freund. So. Ähm... Austausch gegen... den... Bat-Batroll. Der... Tauscht gegen... Denau. Klingt den aus. Bonzo ist im Austausch... dem. Und der... geht jetzt im Austausch... in den. So. Ich würde sagen, ne? Der hat jetzt natürlich ein... Mega-Leben. Ich glaube... Wir werden mal die Teleportation nutzen. Ganz klamm und heimlich. Und mal in die Monster-Arena gehen. Versuchend, in die Monster-Arena zu gehen. Weil... ist doch schon extrem dafür... oder mitzukämpfen. Aber hier kann ich nur nicht scrabben, ne? Da muss ich nach dem Typen gehen, oder wo kann ich heilen? Hey, hey. 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 alle rucka aus monster sieht auferstehen bekämpft jetzt gerade okay Und lass denn die mal in A antreten. 1000 Gold. Ja, komm, probieren wir. Mit denen soll es vielleicht funktionieren. Sicher bin ich auch nicht. Der Drache. Okay, wird schon schwer in der ersten Runde. In the red corner. We have out in the blue corner. And by Alwan. We'll fight. Let's bounce us up. Let's get on. Die müssen sich immer nur auf einen konzentrieren. Bam, was geht denn da ab? Kaboom. Jawoll, Alter, das habe ich von dem. Bin ich total mit einverstanden. Der ist schon mal da unten. Er ist einer. Aber ich glaube, in der dritten Runde wird es wird schwer. Die jetzt schon so viel reinhauen. Talos muss einstecken, wir haben, Junge. Nein. Yes. Runde 1 ist schon mal fertig. Ah, ja, die machen doch Schaden. Die Masse, Muskelmanns. Hey, ist das nicht hier? Ja, der wird ein starkes Team haben. Oh, Alter, die Schikale, die... Alter. Keine MP mehr. Warum, wenn er keine MP mehr hat? Wo macht er das dann? Ah, die Runde wird schwer. Okay, konzentriert euch immer auf allen Jungs. Das ist ein bisschen, was wir machen können. Ah, der... der muss viel einstecken und Talos... Ach, Mann, ey, nutzt doch nicht das. Ganz ehrlich. Verzweiflungsschlag hat mich gerade ein bisschen gerettet. Okay, der ist auch schon mal down. Ah, dritte Runde wird schwer. Nein. Dritte Runde wird extrem schwer. Wenn er das mit diesem scheiß Mana da auf den Kicks geht. Schauen. Ja. Dritte Runde wird ein knappes. Zweite Runde hat die andere gedacht, dass ich so... Das schaffe aber die... Der schwarze Mann im Schatten. Der schwarze Mann im Schatten. Das schwarze Mann im Schatten. Das schwarze Mann im Schatten.